Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Ute Stangassinger vom Mentalhaus und du bist hier bei den mentalen Impulsen für Sportler. Und bei meinem heutigen Tipp oder meinem Impuls geht es um das Thema Trainerkritik. Das bekomme ich mit in meinen Coachings und auch bei meinen Fragebögen, die meine Kunden beantworten können, dass dieses Thema Kritikfähigkeit einfach ein sehr großes ist. Ja, na klar, kein Sportler wird gern kritisiert. Und gerade im Nachwuchssport ist das natürlich ein Thema, was man auch erst lernen muss. Und ich möchte dir heute einfach zwei Tipps dazu mit an die Hand geben. Das erste ist, die Trainer sind auch nur Menschen. Das bedeutet, dass sie natürlich auch für ihren Sport leben. Oft sind sie sehr leidenschaftliche Trainer und die Emotionen gehen auch mancher mit den Trainern durch. Ja, Sport ist einfach Emotion pur. Also gerade wenn ich an Fußball denke zum Beispiel, da hupfen natürlich manche Trainer ganz schön an der Seitenlinie rum. Und nicht immer gelingt es den Trainern auch vielleicht die richtigen Worte zu finden. Und ihre Emotionen sprudeln aus ihnen raus, sodass diese Worte oft einfach natürlich vielleicht auch dich persönlich treffen könnten. Und mein erster Tipp ist wirklich, mach dir bewusst, er meint dich nicht persönlich oder sie meint dich nicht persönlich. Oder noch anders formuliert, nimm es nicht persönlich. Jetzt fragst du dich, okay, wie soll ich das machen? Und ich habe da folgende Idee entwickelt, beziehungsweise die gebe ich meinen Kunden immer weiter. Stell dir vor, du hast einen Filter in deinem Kopf eingebaut. Ja, und du lässt nur die Sachen durch, die für dich fachlich, sachlich für den Sport wichtig sind. Alles andere, was er vielleicht so an Emotionen, an Worten raushaut, die dir nicht gefallen, die lässt du einfach durchlaufen. Die interessieren dich gar nicht. Und dein Ohr ist nur auf für das, was möchte er mir sportlich sagen? Was soll ich besser machen? Was ist die Botschaft dahinter? Ja, das ist ein bisschen Übungssache, aber ich glaube, das kriegst du hin. Und das Zweite ist, und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das kommt ein bisschen darauf an, wie alt du bist. Du bist eine selbstständige Persönlichkeit. Du bist Sportler, du bist Mensch, du hast Rechte. Und du hast natürlich auch Pflichten, aber in dem Fall geht es um deine Rechte. Du darfst jederzeit auch deinen Trainer fragen, was er denn genau gemeint hat, wenn du unsicher bist. Mach das vielleicht nicht direkt nach dem Spiel, wenn er vielleicht die Kritik anbringt, weil da sind die Emotionen noch zu groß. Mach es vielleicht ein bisschen später, ein, zwei Tage später. Gehe zu ihm hin und stelle offene Fragen. Was ich damit meine? Du könntest zum Beispiel fragen, Trainer, du hast vor zwei, drei Tagen zu mir gesagt, ich soll schneller spielen, höhere Pässe, was weiß ich. Das ist jetzt sportartspezifisch. Habe ich das richtig verstanden, dass du meinst, ich soll es so und so machen, kannst du mir das nochmal besser erklären? Also stelle eine Frage am Ende, auf die er nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Dass er dir erklären muss, was er von dir möchte. Zum einen zeigst du damit, dass du schon zugehört hast auch und dass du bereit bist, dich zu verbessern. Also trau dich, nach zwei, drei Tagen wirklich zu fragen, was kann ich verbessern, was hast du gemeint und was kann ich vielleicht im nächsten Wettkampf, im nächsten Spiel einfach anders machen. Du wirst erstaunt sein über seine Reaktion. Also nochmal, nimm es nicht persönlich, baue dir einen Filter ein, nimm nur das mit, was dich wirklich sportlich weiterbringt und dann frage ihn nochmal. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, alles Gute und schau dir gern auch die anderen Videos an zu den mentalen Impulsen im Sport. Mein Name ist Ute Stangassinger und schön, dass du vorbeigeschaut hast. Mach's gut, ciao.